So, da sind wir wieder beim Satisfactory. Diesmal mit einem neuen Gast sogar. Der hat sich gedacht, doch, mach ich auch mal mit. Und warum auch nicht. Leider nicht mehr auf der alten Welt, auf der wir in der Alpha schon angefangen haben. Wie man oben links sieht, ist es zwar immer noch Early Access, aber es ist jetzt eigentlich die latest Version, die man kaufen kann. Und ja, der Typ hier, der Robin, hat gefunden, hier auf dem Pod zu starten, sei cooler. Deswegen haben wir das gemacht. Weil der Hengst da kaum drauf kommt. Ich bin jetzt doch der kleine Zeigefinger. Genau. Wie immer werden die Videos auf meinem Kanal sowie auf Vidikust hochgeladen. Jetzt sogar mit drei Perspektiven, weil der Kel da auch aufnimmt. Das heißt, man hat eigentlich alle Perspektiven. Man kann wechseln. Ja. Hoffe, das ist was. Und da ist ein Donko. Äh, ja. Und lass mal eigentlich starten. Donko. Soweit. Einfach E-Spell, ja? Ja, du kannst ja schon mal Biomasse suchen. Ich mach mal... Ja, hab ich. Äh, wo wollen wir die Base machen? Ich muss laut Stärke vom Reden noch einstellen. Äh, wo wollen wir die Base hinstellen? Jetzt geh ich auch zum... Äh, ja, da kommt der Rasenmäher. Äh, da ist Eisen. Lass mal in die Nähe des Eisenorsts gehen. Komm, alles klar. Auf geht's. E-Spam. Es geht nicht mehr. Sehr gut. Ja, und manchmal gibt es halt hier so kleine Ruckler, aber die kann man kaum umgehen. Weil ich hab im Durchschnitt ca. 120 FPS und wenn ich halt Blätter aufsammel, dann droppt es halt kurz. Aber damit muss man jetzt halt leben. Äh, hier ist was gefährliches. Ja, hier noch 200 Meter. Ja, mach mal. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Das ist ne Todesblume, ich sprüge, oder ich krieg Gift drauf. Die ist gefährlich, ja. Weg hier. Gibt's Schaden? Und erst mal nen Fight-Anfang. Green Power Slug. Ja, nehm die mit. Gibt's Fallschaden? Ja, gibt Fallschaden. Oh, da ist noch einer. Meine Green Power Slug. Erstmal, erstmal ein geiles Frag hier finden. Oh, Reparatur erforderlich. Benötigt Modular Raum Not- und Tür-Status. Ja, das haben wir noch nicht. Ja, das kommt dann später. Äh, Eisen, Eisen. Wir wollten eigentlich zum Eisen. Nochmal scannen. Äh, Robin, du hast auf C, hast du so'n Scanner. Mit dem du pingen kannst, wo das Eisen ist und so weiter. Jawohl. Ah, ich bin verstrahlt. Hier ist Eisen. Da oben ist so'n Papagei. Was war'n das denn auch schon? Oh, das macht bumm. Boah, irgendetwas greift mich an. Ja, die Fliegedinger. Fliegedinger, auf geht's boxen. Fliegedinger. Wie kann man boxen? So, tote Fliegedinger. Ein Fliegeding gezeugt, was eigentlich freundlich war. Ja, da kommen Fliegedinger raus. Hab' ich jetzt gerade gesehen. Boah, ne, Alter, das Reto, da renne ich direkt den ersten Weg mit. So, jetzt erst mal ein bisschen Eisen sammeln. So, wie kann ich jetzt Eisen sammeln? Ah. Ein Eisen auch. Wie kann man sich jetzt hinsetzen, Rick? Äh, geht nicht. Ah, tritt's mal. Fliegedinger, Alter. Du bringst alle zu uns, du Affe. Exakt. Äh, da bilden wir mal das Hub. Wo soll ich das Hub hinbauen? Ja, am besten hier auf die freie Fläche. Ja, ich hau hier ein bisschen Eisen raus. Wo wir auch noch ein bisschen rumbauen können. Hier so? Ja, ja. Oh, irgendwo da ist wieder so ein riesen Film mit Stilzen. You have unlocked Hub Feature, Manual Craft Bench. Hub Feature, Hub Terminal. Fifth Objective, Hub Upgrade, Storage and Power. Note, the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Craft Bench is occupied. Ja, erstmal craften. Hey! Du kannst nicht wie in Minecraft-Bürmer-Film. Nee. Geht so nicht. Hm. Besonders Holz brauchst du nicht. Ah. In dem Spiel. Ich hab ne Green Power Slugs. Ich hab ne Green Power Slugs. Ich hab ne Green Power Slugs. Das kriegst du einfach von den Dingern. Brauchen wir ne Green Power Slugs? Ja. Zehn Iron Rods. Ja, mit den Green Power Slugs kannst du nachher die Maschinen übertakten. Ich hab hier wohl Endgame Loot gefunden. Ja, mit Game Loot würd ich sagen. Mit Game. Hub Upgrade 1 ist da. Endlich! Und darauf hab ich schon lange erwartet. So. Und was braucht man für Hub 2? Wie immer so. Wir brauchen halt Metall und so. Wir müssen jetzt quasi Maschinen bauen. Zehn. Dann mach ich nochmal Zehn. Ich bin... Ich mach mal den Strom. Moment. Ah. Ich mach jetzt erstmal ein paar Ironing. Upgrade 2 ist da. Hä? Wie viele... Wie viele... Mh mhm. Mh mhm. Wir haben natürlich gerade schon einen Peer-Mast-Burner. Da packe ich schon mal 217 rein. Ach, man muss getrückt halten. Ja. Oh, für Hub Upgrade 3. Also wir haben jetzt... 7. Objektiv. Hub Upgrade, conveyor belts. Kupfer. Haben wir irgendwo Kupfer in der Nähe? Weisen, Lück. Kupfer ist 180 Meter in die Richtung. Hier, Lück. Hier, Lück. Wenn du es nicht brauchst, packst du mal eine Kiste rein. Wo ist die Kiste? Da. Pauert, Pauert, Line, Special Hub. Ah, die Leaves sind vielleicht mit. Flour... Petrels. smelter konstruktor ich möchte aber nicht das bilder kann bilder powerpuls, expand your production, expand your production to upgrade faster wo wollen wir denn in smelter hinpacken? ich würde ehrlich sagen hier zwischen zwischen den eisen wirst du hier zwischendrin? wie sich so eine stadt hier aufbauen ich brauche fünf iron rods oder wie hast du mir das gedacht? muss ich mir kurz herstellen ja dann baller ich den mal hier so hin neto bist du wieder für elektrizität? ja möchten sie powerpuls platzieren? ich komme erstmal ins spiel überhaupt alien carpaccio zu teuer was ist denn da zu teuer? ich habe noch quasi gar nichts was kostet das? äh kabel ich habe keine kabel dann mach du doch kabel ich gehe einfach mal ein bisschen rum erkunden kabel für das brauche ich diese scheiße draht für draht brauche ich kupfer kupfer habe ich nicht dann hol dir kupfer ich fahre nur so lange noch mit dem eisen mach C achso man kann ja so halten roben geh du mal nach leim suchen leim? ja oh ho damit können wir dann später zement machen so konkret wie sieht das aus? äh halte C gedrückt da kannst du es aussuchen leimstone genau boah der greift mir irgendwas an panik panik oh ja das macht schaden nicht wenig da mach mal der 100 voll oh 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 standbild nicht gut ah du benutzt die crafting bench gerade jetzt kann man mehrere crafting benches? da mach mal einmal äh wo gibts kupfer? wo gibts kupfer? warte kupfer jetzt 160 meter so so und auf der ansehebenden im stone toll 1 kilometer bei der weg ah ja ist er geil ja ja ein smelter für die stanni produktion wäre dann halt auch schon nice boah alter da kommt wieder so ein vieh was mich boxen will ich hoffe du hast dann xeno zapper äh equipped was ist das? pfff stell dich mal 20 her ich hatte meine gerade zugeschlagen ich bring hier um den stein herum ich trabe? egal und ruf das teil aus lück ja ja wieviel leimstone soll ich mitbringen? 3 platten äh bring mal ein bisschen was mit darf ich kurz? was? was heißt ein bisschen was 100? ja mama 150 draus oh mach mal da ist der erste stein weggeflogen ach gut der typ sieht mich jetzt wieder äh soll ich hier mal noch ne crafting bench hinstellen ritter? können wir machen hier so erstmal den stein nach hinten verlegen alles klar ganz schnell wieder wegrennen ja komm ich baller die einfach hier noch auf jetzt holen wir noch ein bisschen copper äh was brauche ich für ein equipment workshop 300 meter gibt es erst mit der copper ja portable miner dazu brauche ich hier platten hier platten wir platten vier kabel wir platten vier kabel drühe hier Warum? Nee. Doch. Mach doch nicht so ne Scheiße. Nein, steck zwischen zwei Bäumen, Fels. Ähm, wie? Glück! Ja, nochmal. Also, ihr berüchtet sich Limestone. Warte mal, hab ich mich nicht grad... Ah, doch. Einfach springen und... Tun tun, du kriegst das schon irgendwie... Du kriegst mir mit springen. Doch, doch, du kriegst das schon noch. Du kriegst das schon noch. Fettig. Bist du weit weg? Äh, nicht wirklich, nein. Ich komm mal auf Rettungsmission. Ja, Leidlück, vorbeigerannt. Vorbeigerannt. Ich komm hier nicht raus, ich bin komplett stuck. Bin komplett stuck. Wtf? Ja. Äh? Warte mal. Was der Boy wieder alles fertig bringt, Mann. Fünf Minuten im Game schon wieder gebrobt. Ist hier kein Viech irgendwo? Was ist denn das hier? Loll! Das Uranium! Au! Also, da hinten links auf jeden Fall nicht hingehen. Beides schon mal weggesprintet. Guck mal, da ist wieder so'n großes Viech. Meinst du das Glück? Nee, ich such so'n Tigerviech. Die Kleinen, die mich auch dran angegriffen haben. Ja, das hier. Komm, Mietz, Mietz. Ich hab'n Power Pole. Mietz, Mietz, Mietz. Robin, da wo wir waren, da ist Uranium. Das war ne Powerline. Ja komm, Mietz, Mietz. Brauchen wir'n Power Pole und, äh, Dings? Ich hab'n Power Pole. Mietz! Ja, bin ich dran. Mietz, Mietz. Äh, hab' ich schon. Ich hab' die schon. Mietz, Mietz. Nee, das kannst du zum Craften unten ins Ding machen, dann kannst du die platzieren. Halbes Herz. Weg. Da. Aber um die zu machen, brauchst du'n Draht, Stangen und Kalt. Glück. Wie kannst du? Hä? Den Typen? Ja. Mit dem Xenosepper? Ja, du kannst deinen Xenosepper da auch wiederholen. Den Rest hab' ich mal beschlagnahmt. So. Wie kann ich den Ausrüsten nehmen? Aber mit, äh, Robins Tod, hätte ich jetzt mal gesagt, war's das für die erste Folge. Kommen alle zur Hub zurück. Oh, warte kacke, ey. Da muss ich mich wieder gegenposten. Ja, ja, komm, komm mal zurück. Wo ist denn der, der Reto-Boy? Komm mal hin. Der Reto-Boy kommt hier hoch. Boah, ey, Lück. Irgendso, Reto schafft es hier drauf. Ja, ja, ja. Oh, ich bin zu doof. Kann ich hier. Komm jetzt. Ich bin am Essen. Wie essen? Nein, nicht essen, rennend. Folge ist fertig. Sonst machen wir hier noch eine XL-Folge aus der ersten Folge. Komm. Ja, das ist ja meistens. Starter-Folge. Ja. Ja. Dann mach ich so lange hier noch Limes, Alter. Ich mach so lange, bis Reto kommt, noch ein bisschen Konkrete, Alter. Haben wir schon einen Workshop? Ja. Du standest gerade drauf. Das hier, Workshop. Guck, jetzt sind wir alle da. Ich dachte, hätten wir das nicht umdrehen wollen? Nee, nee. Aber du kommst ja hier eigentlich auch nicht hin. Hier, wo wir stehen. Weil da ist er zu. Ja. Auf jeden Fall, mit dem gesagt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Was hätten Sie gerne? Was hätten Sie gerne? Und mit dem, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.